Hallöchen und Fingern und Willkommen zu einer weiteren neuen Folge von Minecraft Genau, das wollte ich damit sagen, zu Minecraft die Gefährten, äh, zusammen mit Chiro Hi Hallo, der wird heute mal ein paar Fragen vorlesen Und es hat ja ein paar Tage gedauert, es kam mir jetzt zwei Tage keine Gefährten mehr Und das lag einfach daran, dass ich so viel Videos zu produzieren hatte, produzieren musste, produziert hab Dass ich einfach zeitlich da nicht zu kam, das hier zu machen, ne? Das ist ein bisschen blöd gelaufen Aber, ne, wird's nochmal machen Ich halt so Aber jetzt geht's endlich weiter, ne? So Denn es sind einfach ein paar coole Spiele rausgekommen, die ich unbedingt spielen musste Und deswegen hab ich's leider nicht gepackt Ähm Die zu spielen, ne? So Ich will hier ein bisschen Wir haben ein bisschen Elektro-Tüne gepomben Oh Können wir das wieder rückgängig machen? Nein Ne, tun wir nicht Ich, 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 natürlich, äh, cool Was kann man da draus, sonst auch draus machen? Okay, da brauchen wir wieder mehr für Stopp, was war das denn? Äh, achso, Block, okay, was können wir da mal machen? Man kann damit auch den Fans machen Oh Gott Ja, uh So Also, was machen wir denn jetzt überhaupt? Ich weiß ja gar nicht Hier, was machen wir jetzt? Du kannst mir einmal sagen, mit welchen drei Wörtern du dich beschreiben würdest Und ja, das ist das Beste, was ich bisher rauskriegen konnte Mit welchen drei Wörtern ich mich beschreiben würde? Mhm Bekloppt Bescheuert Behindert Halb War das erste Flott? Nein, bekloppt Achso, ich dachte, du sagst, wo war ich hier? Riecht der flotte Type? Ich bin doch ein Flott, das hilft doch Ich weiß Will ich erhoffen Aber sonst weiß es ja keiner Ne, das ist es ja Ach, wo kriege ich denn die Energy-Gedöns her? Okay, das Ding nochmal aufladen Wie heißt das Ding nochmal? Boah, wie hieß das nochmal? Das war von Thermal Expansion Achso, das war übrigens gerade Master of Dennis Master of Dennis Ja Ich vergesse es sonst wieder Wir sind auch keine Fußballfans, oder? War das Energetic Infuser? Early sind wir Fußballfans Nee Bjarne, wir sind keine Fußballfans Bin ich nicht Ich tut mir leid Ich glaube, es war der Energetic Infuser, oder? Bin mir nicht sicher Hardenet Ich gebe so den Reinforce Dafür brauchen wir Signalium Das bekommen wir woher? Signal, Signal, Signal Das bekommen wir woher? Pervorize Puff 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 Ah, ist das kompliziert Habe ich keinen Ballkopf Habe ich hier richtig gesund an Ja, bin ich auch Energetic Infuser Dann machen wir einen normalen Kümle, können wir auch anders machen, ne? Basic Er hat denit Reinforced Dafür brauchen wir immer noch Signalium Okay, juckt mich nicht So, pass auf Machen wir jetzt schnell das Ding Hier, da ist er So Zip Mensch, wir haben ja echt viele Sachen davon Energetic Infuser Weil ich würde nämlich gerne meine Pickaxe aufladen, bevor die wieder last Nico Sealschott At Lima 1368 Fragt Wird Shiro dieses Mal die Namen vorlesen? Nein Nein Macht er jetzt auch im Prinzip nicht Okay Weil er einfach abgehoben ist Ja, ich bin einfach viel zu abgehoben 1500 Abonnenten Ja, er geht voll steil Ja, jetzt gehe ich mir erstmal ein paar Autogrammkarten drungen lassen Mama Jetzt können wir ihn aber craften, oder? Ja Ich dachte, dass es hier so lange durchspringt Zip 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 Bäm So Und ich hoffe, ich kann das Ding jetzt auch benutzen Ähm Ist er das? Hast du irgendwelche Verbesserungsvorschläge für YouTube? Immer brav und Artig bleiben Für YouTube? Ich Okay, YouTube Ich hab's zerstört Ich hab's einfach kaputt gemacht Ups Du hast die Frage zerstört, ja Ja, das auch Ich hab grad einfach das, was ich hier hatte Einfach kaputt Jetzt war auch einmal kaputt So Ne, was war, was war, was, was, wo war? Ging das Wasser jetzt an mich? Ja Da fragt der Johannes Fragt, ob du Verbesserungsvorschläge für YouTube hast Also Für mich oder für andere? Generell Verbesserungsvorschläge Ja, wie kann ja nicht Für YouTube selbst Ja, denke ich mal Boah Fehler bei jedem Gibt etliche Fehler Die sind mega nervig Wenn die bei oben sind, wär ich glücklich Nur Fehler beheben Ja Spannend Ja Wär echt, ne Äh, cool Was brauch ich? Brauch ein Flux Druck brauch ich Ne, echt, äh, fehlerbeheben Das wär erstmal Für mich das allerwichtigste Weil es gibt so viele Fehler im Moment in YouTube Die sind einfach dermaßen ätzend nervig Es sind gar nicht so viele Leute gerade so Die so was richtig krasses fragen Jeder mag Kekse Jeder mag Kekse, das will ich auch hoffen, ne? Ja Magst du lieber Monster oder Rockstar? Hä? Das ist richtig die wichtige Frage Glaubst du ich nicht? Ne, den Energy Drink Monster oder Rockstar Energy Beides aber bald Äh Ne, hab ich beides damals getrunken War aber nicht so mein Ding Ich bin voll der Red Bull Bundle Ich kann nur Red Bull trinken Ja, aber ich trink gerne hier, ähm Magidule Wie heißt die immer? Ich hab die Dose hier noch das Ding ab, wo sie hin Relentless Nicht Relentless Ja, hab ich trinke ich auch gerne Aber Wo ich voll drauf abfahr ist, äh Ja, ich weiß nur, dass es damals so so 28 hieß Oder 28 Black Oder irgendwie so heißt Das ist das Also schwarze Dose, sowas Mag ich echt Da ist ja Assai drin, heißt die Bohne Oder wie das Ding heißt Das mag ich schon echt gern, ja Trink voll viel Mountain Dew im Moment 2 MLG for you Ich mag Züge Elektrum, haben wir Elektrum Haben wir, warum ich denn so was Was Gim mir fragt Wo sind die Gamescom-Videos Halt die Schnauze Die sind nicht da Irgendwann Aber nicht jetzt Der jetzt wäre auch ganz doof Ja Haben wir ja auch gerade gar keine Zeit für Ja Für wie viel Geld oder gegen was würdest du Baloui verkaufen oder eintauschen? Ähm, alles Nein, unser Luis ist Fragen sie ja nicht Wieder der Master of Dennis Master of Dennis ist heute Ist heute richtig aktiv dabei Ja, da geht's alle Was war, Laf Ist einmal weg Was weg? Energie Das ist schlecht Ja Gefällt mir nicht so So Jetzt Energie wieder da Wip, 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 wip Das muss rein an Energie Wenn da nicht schreit, weiß ich auch nicht weiter So Jetzt können wir das Ding noch aufladen Da passen vier Millionen rein Dann haben wir erstmal genug Energie Ähm, must remain Okay, das kann ich Okay So, dann gibt es diesen Wireless Charger heißt das Ding, glaube ich Wireless Charger Da gibt es hier aber nie, oder? Nee, gewillig Oder? Was ist das? Wireless Me Flutterminal Flutterminal Wie brauchen wir das? Ich bin zu kompliziert Lassen wir dann alles ein Okay, wir machen mal Tacheles Wo war ich zu stehen? Was war ich denn? Ich dachte, der Kater ist Ich habe ein Freund Was war ich denn ursprünglich mal am machen? Moment, was ist dieses Fluid Terminal? Fluid Me Fluid Terminal Me Fluid Cool Interface Kann man da Fluids reinpacken? Das ist voll cool Das ist wirklich richtig cool Das finde ich wirklich richtig geil Das finde ich wirklich richtig geil sogar Ehrlich gesagt Das hätte Stil Das hätte Stil und das Geld Aber so richtig Das wäre schon echt toll Würde ich das finden, ja? Chiro, hast du noch eine Frage? Hau mal rein Ja, ja Machst du ein 300.000 Abospecial Mal gucken Fragte Chris Abwarten und Teechen trinken Das ist jetzt das 300.000 Das offizielle 300.000er Special Das ist das 300.000er Special Hashtag fragt early Seid ihr eigentlich alle richtig zufrieden jetzt? Ja So ein Hashtag fragt early Das ist schon echt ein Special Special Ja, wer sich da beschwert Der hat Pech, ne? Ja Ist denn halt echt so Aber einfach Halt, ne? Hm Hm Wenn du für eine Woche In den Körper einer Fiktiven Person Oder realen Person Switchen könntest Welche wäre es? Ich weiß es nicht Eine fiktive Person Hm Harry Potter Ja? Hm Harry Potter Okay Dann Dann wäre ich Ron Und dann hätten wir eine schwule Beziehung Ja Wäre nice Gut High Pressure Boiler Den sollte ich bauen High Pressure Boiler High Pressure Boiler Tank oder High Pressure Boiler? Boiler Tank und Okay Was war das andere? Liquid Das hier soll ich bauen Und den Tank dazu soll ich bauen Den bauen wir aus einer Eisenplatte Dafür brauchen wir aber noch eine Rolling Machine Und den bauen wir aus Und das Steel Plate Steel Ingetz brauchen wir dafür Deal Davon haben wir ein paar Ich gefährde mir Können wir die Hose eigentlich auch verarbeiten Zurück irgendwie Blast Fernandes brauchen wir dafür nur Oh hätte ich das mal früher gewusst Blast Fernandes brauchen wir Blast Fernandes Das ist nur ein Brick Welcher Song beschreibt dich am besten? Indiana282 Also bei mir ist es Barbie Girl Ja Bei dir ist es definitiv Barbie Girl Oder Helene Fische Atemlos durch die Nacht Einer von den beiden Natürlich beides Und bei dir ist es dieses eine Lied Was du in den Videos immer reinmachst Und immer mit singst Wo keiner weiß wie das heißt Multi Block 3 mal 4 mal 3 hol 3 Mal 3 mal 4 Mal 3 und dann hol Ich hoffe ich baue den richtig Wenn ich den falsch baue Dann korrigiert mich mal bitte Hast du eigentlich Snapchat? Nein Ich check das auch gar nicht Na so schwer ist das ja nur auch nicht Ist voll lange her Da sieht das mal ausprobiert Magma Cream Ich brauche mir Magma Cream Verdammte Scheiße Aber erstmal bauen wir noch eine Rolling Machine Das kriegen wir irgendwann nochmal hin Oh ich sehe schon die Folge ist zu Ende Die Folge ist zu Ende Aber den kriege ich noch gebaut Was? Ich sage dir die Folge ist zu Ende Ja dann höre ich jetzt aufzumachen Ne hau noch mal eine Frage rein Okay Warum fragt ihr denn alle das gleiche? Willst du was Informatives oder was Kreatives haben? Haben wir beides noch aus Okay Was Informatives Wann kommt Craft Attack Dry? Ne Ähm Bald Mehr darf ich dazu nicht sagen Bald Ja At ShazerDoodle123 Ja bald Als auf ShazerDoodle schon vergeben wäre Und jetzt was Kreatives Ach Kinder 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 Du wirst ja hinkriegen Ja Ne Doch Kriegst du hin Okay Ähm Ne Einmal Ne Kinder Nächst mal will ich kreative Kreativere Fragen sehen Hast du dann nichts mehr? Hm Feierst du Karneval Machst Kekse Wann kommen Games Komm Games Komm Games Komm Karneval War nie mein Ding Nie dein Ding Und ich mag Kekse Ja Gut Leute Wir machen Schluss an dieser Stelle Wir werden gucken was wir so noch schaffen werden Denn ich Das ist cool Machst du mal ein Video wo du im Internet nach Fanarts guckst Das könnte man echt mal machen Ihr könnt mal wenn ihr Fanarts habt Wenn ihr irgendwas gemalt habt Ihr könnt es natürlich mir zuschicken Ähm ne Wisst ihr ja Aber wenn ihr Fanarts habt Könnt ihr die auch einfach Ähm Auf Twitter posten Unter dem Hashtag E-A-R-L-I-R-R-T Ich hab's aber hier in den Chat Hashtag E-A-R-L-I-R-R-T Unter dem Hashtag könnt ihr es posten Und da suche ich mir immer mal wieder Ab und zu mal Den ein oder anderen Art raus Das ist ganz chillig Das war übrigens schon wieder Master of Dennis Der Dennis To Master of Dennis Nicht Master of Kevin Nein Master of Dennis Der Dennis Master Der hat heute Er hat mir heute dreimal Beim Vorlesen den Arsch gerettet Läuft bei ihm Appreciate it So Leute Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Ich würde mich freuen wenn ihr dann wieder einschalten Lauter reden Wir starten Und was mir gerade noch einfällt Bevor ich's vergesse Schaut unbedingt in die anderen Videos vorbei Und auch bei Early Access Denn bei Early Access geht es im Moment weiter mit Tomb Raider Da würdet ihr mich auch freuen Wenn ihr da vorbeischaut Und schreibt mal in die Kommentare Ob ich den Blast Furnits richtig mache Denn am Ende bleibt nur noch das hier holt Da mal hin auf Ende Und dann kommt oben ein Deckel drauf Oder muss ich das ganze Ding Ein Breiter bauen Schreibt's mir in die Kommentare Hau da rein Bis dann Toodaloo Hehehe 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 Hehehe